Ich grüße euch. Im Dezember 2020 ging alles los. Corona-Einschränkung, Langeweile. Was machen? Liebe zum Fußball? Online-Cups. FIFA, Twitch. Bombensache. 18 Turniere bisher stattgefunden. Aber jetzt ist es wieder schön draußen. Ab auf den Bolzplatz. 24.07. Dittersdorf. Legendäre Dorfscheibe. Wir stellen ein tolles Turnier auf die Beine. Zwölf Mannschaften werden am Start sein. Fürs leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Für die Kinder wird viel Spaß zur Verfügung stehen. Freundlichste Unterstützung dabei von Jugendclub Sunshine Dittersdorf, Fleischerei Heimann aus Dittersdorf, Gumnios Gastfreundschaft und der Veranstaltungstechnik Eric Nau. Schon mal an der Stelle. Vielen Dank dafür. Jungs, Mädels, es gibt kein anderes Date dieses Sommer. Zum Ferienbeginn. 24.07.21. Ab 15 Uhr. Dittersdorf. Kommt gerne vorbei. Und wir haben einen wunderbaren Tag. In dem Sinne. Sportfrei. Und wir sehen uns. уют. Sous-titrage Société Radio-Canada